Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal an diesem sexy Freitag, also wir haben Freitag, wenn ihr seht ist Samstag, eine Woche später glaube ich, auf jeden Fall guckt ihr es an einem Samstag, aber wir haben heute Bombenwetter und das nutzen wir jetzt aus, um euch den Grand Cherokee L Summit Reserve vorzustellen. Das ist das gute Stück, der steht sogar bei uns auf einer Rampe, weil das Auto so geil und so groß und so besonders ist, dass ihn das nochmal schicker macht. Ich zeige euch diesmal wieder den Schlüssel, so sehen die neuen Schlüssel mittlerweile aus. Vorne und hinten das normale Jeep Logo. Das Auto kommt mit einem 3,6 Liter V6, ist gute 5 Meter lang, also ist echt ein Brecher, muss man sagen, ist aber auch die L-Version, also der L ist nochmal länger als der normale Grand Cherokee und in der Summit Reserve Ausstattung ist das quasi das oberste Ende der Fahnenstange. Mehr Ausstattung geht nicht. Wir haben LED-Scheinwerfer vorne, 360 Grad Kamera, auch hier sieht man wieder, wir haben überall, hier ist eine Kamera drin. Hier unten, bin ich dran vorbeigelaufen, einfach. Genau, nee, das ist ein Parksensor. Ja, deswegen arbeite ich im Beruf. Eine Kamera sieht so aus. Wir haben aber weitere Kameras, zum Beispiel hier unterm Spiegel ist eine und rundherum ums ganze Auto, weil auch hier muss natürlich wieder dieses 360 Grad Bild irgendwie generiert werden. Der Reserve, ich komme mal dahinter, der Summit Reserve, der, der hier steht, hat 21 Zoll Felgen drauf. Schönes, geiles Design, finde ich, passt zum Auto, ist so ein Anthrazit-Ton mit so einer polierten Variante oben drauf, sieht in meinen Augen sehr, sehr geil aus. Und ansonsten, sechs Sitzer, unser ist jetzt schwarz und hat eine hellbraune Innenausstattung, die zeige ich euch gleich. Ich bin ja immer ein ehrlicher Mensch, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, von außen, geil, von innen, dachte ich so, bäh. Aber je länger man sich diese Farbe anguckt, bevor ich es jetzt erzähle, zeige ich es euch. Je länger man sich die Farbe anguckt, desto mehr sagt man, ja geil, passt, hat was. Wie gesagt, der erste Blick ist so, uff. Und dann sieht es aber geil aus, weil wir haben dieses Palermo-Leder mit diesem Wabenstickmuster hier drauf. Was es wieder etwas auflockert, also fürs Optische, das Auge ist immer optisch, aber für die Optik ist es nicht ganz so steif und ganz so stramm, sondern durch die Waben ist es aufgelockert. Der V6 Motor hat gute 300 PS und ist in der reinen Benziner-Variante, wie wir ihn hier haben, nur als US-Import verfügbar. In Deutschland kann man den nur als Plug-in-Hybrid bestellen. Deswegen, da wir aus Amerika importieren, haben wir ihn als reinen V6-Benziner bei uns. Wir haben sechs Sitzplätze. Ich lasse ihn jetzt auch extra mal auf der Rampe stehen, weil ich finde, ich wirke er so bullig. Wir haben hier Einzelsitze hinten, das heißt, es ist kein Siebensitzer, weil wir haben in der Mitte keine drei Sitzplätze, sondern wir haben zwei vorne, zwei einzelne Sitze in der Mitte, die mit so einem Easy Entry ausgestattet sind. Das bedeutet, ich kann hier oben den Hebel ziehen und der ganze Sitz fährt nach vorne und wenn das Ding jetzt nicht auf der Rampe stehen würde, könnte man da gut rein. Ich steige mal ein, dann bin ich ein junger, agiler Mensch. Ich setze mich mal auf die andere Seite, dann ist ein bisschen mehr Platz zum Filmen. Also, wenn ich hinten drin sitze, ne, lasst ihr mal ruhig stehen, wenn jetzt die Kopfschützen noch oben sind, so ist mein Platzangebot hinten. 1,80 Größe bei mir. Ich komme schon an den Sitz dran, aber der ist jetzt auch ganz hinten. Man kann diese Sitze auch nochmal vor und zurück verstellen. Wir können hinten die Rückbank komplett elektrisch einklappen, das geht über die Knöpfe im Kofferraum. Wir haben hier hinten kein Isofix, wir haben vorne Isofix auf den beiden mittleren Sitzen. Die beiden mittleren Sitze sind halt auch, also es sind halt keine mittleren Sitze mehr. Die Zeiten sind vorbei, wo das halt nur popelige Sitze waren. Wir haben hier Sitzheizung, Sitzkühlung, wir haben eine komplette Klimatisierung separat für hinten. Wir haben hinten dieses Gerät hier, kann man das vernünftig sehen. Hier ist eine Kamera, das ist eine sogenannte Family Cam. Das zeige ich euch vorne im Display gleich. Ihr kennt das aus den Minivans zum Beispiel, aus den Pazifikas oder Grand Caravans. Die haben vorne diesen Spiegel, womit man zusätzlich zum normalen Rückspiegel den ganzen Fahrgastraum im Auge behalten kann. Jetzt leben wir in 2023 und die haben ein bisschen aufgeholt. Das Ganze geht jetzt voll digital und ich kann vorne am Display auswählen, ob ich entweder eine Gesamtübersicht haben will über den Innenraum. Oder ich kann jeden Sitz einzeln anwählen, der mir dann gezeigt wird, wo ich mir den genauer angucken kann. Sehr genial. Großes, das wollte ich zwei sagen gleichzeitig machen. Wir haben einen schönen Himmel, Velour und ein großes Panoramadach. Aber jetzt gehe ich mal wieder nach vorne, damit wir das Ding mal von vorne sehen können. Großes Panoramadach, selbstverständlich voll elektrisch. Dann schmeißen wir uns mal rein. Klar, der geht mal rum eben. Und dann zeige ich euch mal den Innenraum. Kommen Sie mal rein, junge Frau. So, Innenraum. Also wir haben ein komplett neues Cockpit. Das ist komplett überarbeitet worden. Voll digitales Cockpit. Das heißt, wir können in dem Cockpit hin und her springen. Wir können uns da verschiedene Varianten, Modi, Ansichten anzeigen. Da können wir auch relativ in technischem Bereich. Hier sieht man, wie schief wir stehen. Selbst das misst das Auto. Und hier können wir ganz viele verschiedene Varianten einstellen. Wir haben ein Luftfahrwerk. Das können wir über diesen Hebel einstellen. Hier. Ich kann hier nämlich einstellen, ob wir höher wollen oder niedriger wollen. Und dann merkt man, dass das Auto hochfährt. Man hört jetzt so einen Surren. Klar, der Kupfer wird. Man sieht es, wir filmen das von außen gleich nochmal. Aber hier drüber kann ich einstellen, wie tief ich das Auto haben möchte. Dann geht es weiter. Wir haben natürlich weitere coole Sachen. Und zwar haben wir ein Nachtsichtgerät. Das ist diese Nachtsichtansicht. Deswegen steht hier unten Night Vision. Ich gehe jetzt mal raus und zeige euch mal, wie das Ganze aussieht. So sieht man mich? Ja. Sehr gut. Also Nachtsicht ist jetzt bei 15 Grad und Sonnenschein nicht ganz so bahnbrechend wichtig. Aber geile Funktion für Nacht. Abstandstempomat, Spurhalteassistent, automatisches Einparksystem, Luftfahrwerk. Wir haben hier oben, hier sind nämlich die ganzen Knöpfe, automatisches Einparksystem. Der kann längs und quer einparken. Das heißt, ich kenne das aus der Fahrstelle einmal, der kann in die Box einparken und der kann aber auch in eine längere Parklücke am Straßenrand parken. Alles automatisch. Das Lenkrad ist multifunktional natürlich und diverse Einstellungsmöglichkeiten. Hier ist zum Beispiel ein Button. Da können wir unsere Ansicht nochmal ändern. Also wir haben diverse Möglichkeiten im Menü rumzuspielen, was wir uns als Ansicht auswählen möchten. Dann wollte ich euch zeigen, die verschiedenen Fahrmodi. Also wir haben natürlich Allrad und können hier auch noch zwischen verschiedenen Fahrmodi einstellen. Können hier auf 4WD Low mit Untersetzung fahren. Und dann guckt euch einmal bitte dieses komplett geil aufgeteilte Bedienungsfeld an. Sitzheizung, Sitzkühlung, Lenkradheizung, Klimaanlage ist selbstverständlich. In dem Display hier oben selbst können wir mittlerweile uns, das kennt ihr vielleicht aus dem Pazifika-Video, können wir uns diese Widgets oder diese Favoriten einfügen. Das heißt, ich kann das Display so bearbeiten, dass ich hier meine Favoriten habe. Jetzt möchte ich eins live hören mit Crow. Dann kann ich aber theoretisch hier oben auf den Button gehen und kann mir mein Widget auswählen, was ich da hinhaben möchte. Wenn ich jetzt mein Radio-Widget da weg haben möchte, kann ich mir Suspension auswählen oder ich kann es komplett über Remove it komplett weg machen. Dann habe ich weniger Widgets auf meiner Ansicht sehr geil aufgeteilt. Die Family Cam wollte ich euch noch zeigen. Um auf die Family Cam zu kommen, gehen wir einfach unten auf den Vehicle-Button. Und dann können wir verschiedene Varianten auswählen. Wir können zum Beispiel auch hinten in der dritten Sitzreihe die Kopfschützen von hier aus einklappen, weil man kann jetzt sehen, das ist schön und gut, aber wenn ich in den Rückspiegel gucke, kann das manchmal etwas die Sicht behindern. Und wenn ich auf den Knopf drücke, klappen die einfach um. Sehr geil. Surround Cam können wir einstellen, das ist die 360-Grad-Kamera. Und auch, Entschuldigung, auch hier können wir uns wieder verschiedene Optionen auswählen, was wir haben möchten. Das ist jetzt die Rückfahrkamera an sich. Ich kann auch hier oben auf die Frontkamera switchen, dann sehe ich die Front. Und Femcam ist das, was ich euch gezeigt habe oder erklärt habe. Ich sehe jetzt hier die komplette Rücksitzbank. Wenn ich jetzt diesen Sitz mir angucken möchte oder diesen oder diesen oder diesen, springt der immer hin und her und zeigt mir den Sitz in groß. Dann hat der zusätzlich natürlich Sitzmemory. Sitzmemory, wir haben in der Summit Reserve Variante eine große Macintosh Sound, ein großes Macintosh Sound, bläh. Wir haben in der Summit Reserve Variante das große Macintosh Sound System. Wir haben Massagesitze. Sehr geil. Film mal bitte da oben hin. Wir haben einmal die Sitzmemory und da oben ist der kleine schwarze Knopf. Und wenn wir jetzt den mal drücken, dann können wir hier im Menü auswählen, was wir haben wollen. Wir können zum Beispiel, hier kommen, ist nett, hier bleiben wir. Über Comfort können wir es auch wählen, Massage und dann können wir hier auswählen, was wir haben möchten. Bei Claudia wird jetzt der Lower Back massiert. Wir können aber auch den Waterfall auswählen. Dann sieht man hier auf der Animation genau, wie es läuft. Claudia presst sich schon in den Sitz. Das ist die Massage Variante, wie der Rücken dann massiert wird. Und das auch für den Fahrer? Der ist ja getrennt, klar. Der ist ja Passenger und Driver. Ne, der Fahrer hat nichts, der ist ja doof. Ne, der schlägt ja dann ein. Ne, 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 gibt es schon für beide. Und ansonsten kann ich natürlich das Klima auch wieder komplett steuern, getrennt, vorne, hinten. Das war so die grobe Übersicht zum Grand Cherokee L Summit Reserve. Bei uns aktuell verfügbar. Stauraum habe ich noch vergessen. On Mass. Also wir haben überall irgendwelche kleinen Verstecke, irgendwelche Laderäume. Wir haben überall Platz, bis der Arzt kommt. Und, ja, hast du noch was? Fällt dir was ein? Ne, aber lass doch ein Abo da. Lass doch ein Abo und ein Like da, genau. So, jetzt habt ihr euch im Hintergrund die Farbe angeguckt. Und ich, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Farbe zu Beginn des Videos fandet. Und zum Ende hin. Und ich muss jetzt sagen, solange wir jetzt hier drin sitzen, finde ich sie grandios. Also es gefällt mir immer besser, es ist nicht zu viel, weil wir haben einen schwarzen Dachhimmel, wir haben ein schwarzes Armaturenbrett. Wir haben hier halt Holzapplikationen drin. Aber das Leder an sich finde ich in der Farbe schön und es passt zum Auto. Muss ich auch sagen, ja. In diesem Sinne, das klingt jetzt so nachgeplappert, aber nein. Nein, das gefällt mir wirklich. Ich muss auch sagen, auf den ersten Blick nein, aber... Es kommt. Ja. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Lasst, wie schon empfohlen wurde, ein Like und ein Abo da. Bleibt dran. Die nächsten geilen Autos kommen noch und die Videos dazu folgen noch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Tschauen. Ciao.